Hallo, hallo, hallo. Wir starten in Tavernmanager rein. Ich brauche erstmal ein bisschen was hier. Genau, ich bin gespannt, ob jetzt hier schon Kunden kommen hierfür oder nicht. Ja, aber wir haben nichts. Also müssen die warten, bis ich 600 Gold habe und dann kann ich für die was zu essen kaufen. Wat ein Kack. Okay. So, oh. Oh, Geld. So. Ja, warten wir einfach bis wir 600 haben. Neues Level. Nice. Und schon wieder Dreck. So. So. Oh Gott. Das sie hier immer so viel Dreck machen müssen. Haben die hier drüben eigentlich auch Dreck gemacht? Ja. Hä? Okay. Ah, okay. Okay. Oh Gott. 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 Verdammt. Ich hole mir mal eben was zu trinken, kleinen Moment. Oh Gott. So. Ah, noch ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 No. Oh. 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 Oh Gott, zwanzig wirst du weggeheben? Ne, zehn. Oh ne. So... 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 Nice... Schuss! Schuss, schuss, schuss. Schuss, schuss, schuss. So... 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 Oh... So... 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 Das war's für heute. So, dann starten wir wieder. 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 Ich weiß nicht, ob ich die Absurdung habe. Und jetzt kommt es noch ein bisschen weiter. Das war's. Sollte Das war's. Das wird hier echt stressig. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn hier plötzlich los? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das kann ich als Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das kann ich als Untertitelung des ZDF, 2020 istics, 2020 So. 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 Komisch, komisch, komisch Ich hatte gerade in der Pause einmal Werbung geschaltet Vielleicht war das die Lösung Was ein bisschen kacke wäre, aber Naja Ja 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 so 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 lala was geht bei dir denn so oh habe ich gestern das video von let's game it out zu gesehen und wie findest du das bis jetzt ich glaube du wolltest nicht das schreiben was du gerade geschrieben hast hey ok warum denn ok 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 äh was ist hier los kann man die hier eigentlich werfen nö oh ja ok 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 War ich hier nicht hier? Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Und ab nach oben. Das war's für heute. 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 Ja, ich habe gestern das Video dazu gesehen und... Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, genau das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, ich muss... Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, da war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das war's für heute. Okay, das war's für heute. Mal... Mal... Das war's für heute. 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 Aber... Das war's für heute. Das war's für heute. Aber wir wollen, wie viel... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, gucken wir hier in dieser Region. Oh! Okay, gucken wir hier in dieser Region. Okay, gucken wir hier in dieser Region. Okay, gucken wir hier in dieser Region. Mmh. Okay. Oh Wieso kann ich keine anderen Altäre platzieren? Oh, weil ich den hier noch da gelassen habe Ich muss nur noch da gelassen Nichts, wenn ich die Das war's für heute. 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 Close. Das war's für heute. 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 Oh, was war's für heute. Das 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 war's für heute. Oh, was war's für heute. Oh, was war's für heute. Oh, was war's für heute? Hey. 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 Lufthammer. Ich will ein Schwert haben. Nochmal reparieren, dann können wir weitermachen. Hallo? Hier ist nichts. Auch nichts. Ich bin ein Schwert. Ich bin ein Schwert. Ich bin ein Schwert. Ich bin ein Schwert. Was ist das? Oh. 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 Ahhhh Oh. 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 Huh? Oh Geht's hier hin 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 Das war's für heute. 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 Okay, dann kommen wir hier raus. Okay, das öffnen wir erst, wenn wir... Das war's für heute. 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 So, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, dann laden wir... Das war's für heute. 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 Das war's für heute, wenn wir... Das war's für heute. 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 Und? 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 Das war's für heute. 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 Nicht genügend Materialien. Oh. Das war's für heute. Oh! Den könnten wir mal eben deaktivieren. Und weiter... Oh! 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 Was ist das hier oben? Der Bruder, der Beichte. Der Bruder, der Beichte. Okay, weiter geht's. Bergbauschacht. Der ist schon mittlerweile in Stufe 18. Der Bruder, der Beichte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ah Gott fordert das Konzentration ZDF für funk, 2017 Oh, oh Schmiedewerkzeug Schmiedewerkzeug, Schmiedewerkzeug Kein Schmiedewerkzeug Aber die habe ich schon an Okay, vielleicht sollte ich mir den holen He's still here Ja, ja, ja. Okay. Das geht bis hier hinten, okay. Wow, ein Schlag. Und was zur Hölle ist das wieder für Musik? Musik 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 So, Holenwunsch einbitten. Holenwunsch einbitten. Holenwunsch Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 16 brauche ich also. Untertitelung des ZDF, 2020 16 brauche ich auch. Was brauchen wir denn noch hier für 1,2? Was hatten wir hier als Paprikasetzlinge? Auswählen können wir noch nicht machen. Aloe können wir auch noch nicht machen, können wir auch noch nicht machen. Rohrzucker haben wir schon. Okay. 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 Was habe ich denn noch hier unten drin? Was habe ich denn noch hier? 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 Was ist denn noch hier? Was habe ich 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 denn noch hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nice Oh! Nice I will pray for your safety Untertitelung des ZDF, 2020 Wie sieht der denn jetzt aus? Der sieht so cool aus Okay und dann hatte ich hier noch bei dem was gesehen Okay Oh Gott Wie groß sind denn die Oh Gott, ich bin ja Oh Gott, ich bin ja Haha So. Verdammt. So'n Grünleuchter brauche ich ja nicht machen. Okay, dann müssen wir eindeutig... Okay. Ich glaube, hier hatte ich noch drei. Ich glaube, das ist noch eine Frage. Ich glaube, ich bin so ein Wissen. Aber ich habe lange Zeit versucht, dass ich noch die Idee muss. Ich glaube, das war ich. Ich glaube, das war ich. Dass ich die Idee gemacht habe. Ja, ich glaube. Untertitelung des ZDF, 2020 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 sind bäume da ne ach wir brauchen wasser sind bäume da Das sieht mega aus. Ich glaube das hier als Eingangsbereich fürs Lager. Ja. Das sieht mega aus. Das sieht mega aus. Das sieht mega aus. Ich glaube das dürfte richtig nice aussehen. Ich glaube das dürfte so gut aussehen. Ich glaube das ist mega aus. Ich glaube das ist mega aus. Ich glaube ich werde jetzt Feierabend machen. Das waren jetzt angenehme sechs Stunden und wir waren echt erfolgreich. Wir haben ein bisschen Bauernhof gebaut und was ich cool finde ist der Anfang hiervon. Das wird langsam richtig nice und ich bin gespannt was passiert wenn die Bäume hier wachsen und das hier komplett eingespannt ist und dann die Idee wäre dann halber Türblock, halber Block, dann die Tür, hier auch halber Block, Tür und dann ist das hier unser Lager mit zwei Stockwerken. Ja. Und was ich hier noch denke ist hier irgendwie noch ein Zaun lang zu ziehen. Entweder eine Mauer oder eine Mauer oder eine Mauer oder ein Zaun, da bin ich mir noch unsicher und hier kommt dann eine große Mauer oder sowas hin. Aus Holz, keine Ahnung, mit den ganzen Farmböden und so weiter dahin mit der Kiste zusammen und dann hier gegenüber den Bauernhof setzen. Ja irgendwie so, aber schade, dass sowas muss wahrscheinlich händisch gebaut, okay. Naja, aber das ist so die Idee dahinter. Und das Haus kommt langsam auch genau dahin wo ich das haben will. Wieso sind hier Knochen? Egal. Ach wegen Katakomben. Hm. Vielleicht sollte ich die Mauern hier noch aussetzen. Und dann die Stadtmauern nicht die Katakomben nehmen. Oder Burgmauern, die sehen nämlich auch geil aus. Und das hier oben. Oh. 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 Das finde ich nice. Das hier oben. Aber hier bin ich noch am überlegen. Aber das auf. Und dann hier lang. Links und rechts irgendwie Puppen, die Rüstung tragen. Könnte man machen. Und ich bin gespannt. Wie man ihr Haus baut. Ja. Ja. Aber. Das war's dann jetzt auf jeden Fall. Die Bäume wachsen. Das ist geil. Und. Ja. Dann wünsche ich einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Gehabt euch wohl. Und dann. Morgen. Morgen. Dann. Wieder ganz normal. 18 Uhr. Tschööö. Und auf Wiedersehen. Bis Brokkoli. Auf. Ciao. Und so weiter. Ciao. Tschööö.